Ja, hier liegen natürlich meine Wurzeln. Hier habe ich das ganz kleines Team angefangen. Damals mit dem Mutter-Kind-Turn in dem Verein schon mit vier, fünf Jahren. Und meinen Weg gemacht habe ich hier, bin mit sieben ins normale Turnen gegangen und zum Leistungssport gekommen. Von daher, jetzt haben wir eine wunderschöne Halle hier und deswegen komme ich auch gerne wieder hierher. Das sind einfach meine Wurzeln. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, es ist ganz wichtig dran zu bleiben. Es klappt vieles nicht auf den ersten Versuch, was vielleicht manchmal ein bisschen frustrierend ist, aber man kriegt schnell Erfolgserlebnisse auch. Wenn es dann funktioniert, dann ist man wieder motiviert und einfach dranbleiben. Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Also, Jungs und Mädels, bleibt dran am Turnen! Es ist eine wunderschöne Sportart, macht Spaß und gibt einem viel zurück! Also, bleibt dran auf jeden Fall!